Hast du auch noch eine Aufgabe? Oh nein. Landest du mir verfickte Scheiße im MD, lass ich dich dort im MD. Und was ist mit Klaas? Das überlege ich mir noch. Aber, aber, Esra, wenn ich dir schreibe, es war ein geiles Wochenende, hol mich bitte aus dem Knast, ist doch in Ordnung, oder? Ja, dann würde ich wahrscheinlich erstmal vor der Zelle sitzen und einfach mir die Schuhe anschauen. Du kannst mich mal schauen. Wann kommst du wieder? Das weiß ich noch nicht. Ja, siehst du mal, dann bin ich die Erste, die denn da ist. Das wird ja auch toll. So, und ich meine eigene Schwester vom Cluster abholen. Nö, nö, lass sie da verrotten. Ey, bis ich komme, ich will mir das halt auch noch angucken. Ich mach ein Selfie, okay? Esra, ich mach ein Selfie und schick's dir, okay? Du darfst, du darfst in den Prison, darfst du kein Telefon mit reinnehmen. Ah ja, gut, stimmt. Darfst du tatsächlich nicht. Also es wird dir auch abgenommen und alles. Ja, ja, okay. Du darfst so deine Klamotten dann haben. Passt aus, ist das aber nett. Ja. Außer du bist so wie ich Anwalt, dann darfst du dein Telefon mitnehmen. Passt ihr bitte auf euch auf. Ja. Machen wir. Und? Solltest du sie im Prison nennten, Turbo, lass sie da mal noch. Selbstverständlich. Tut sie sich nichts, hast du schon recht. Ich will Ruhe haben. Hallo! Wie nett, ey. Du kannst... Grüß mir die Rose schön. Ja, schöne Grüße an die Rose. Richtig aus, wenn sie wach werden. Nudeln, bitte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020